hey ho stars und sternchen was geht heute mal wieder auf meinem großen account unterwegs und zwar mit wasp und railgun also ja schau mal wie oft ich aufs maul bekomme ja 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 ach du scheiße ich sehe es schon jawohl diese skills alter die kannst du dir doch gar nicht geben sie kannst du dir nicht geh PRO hat er die naßen getroffen halt das tropfen was hat das dann aber ein was hat da hat hat da hat da hat da denn hat nah oft da hat mich einer den hatır den hat er den hatten den achter den hatten den hatte den hatten den hatte den hatte den hatte den hatte den hat er getroffen hat da ihn getroffen der hatte einmal sogar einer hätte ich nicht gedacht Habe ich gar nicht gesehen ich wusste nur so von da kommt ein schuss alter ja hat er ihn hat er oh scheiße er hatte hat Hat er So ein ziegesschrei hier zugriff Hat er Hat er Powerrangers Den hat er Den hat er Den hat er sich gegeben hat er den hat er sich geholt Den hat er sich geholt Den hat er sich geholt Einfach mal so Nein scheiße naja irgendwann musste ja auch mal sterben so ist es ja nicht So eine scheiße Hat er sich den geholt alter ich fasse nicht Das musste dir erstmal geben du ich bin ja gar nicht so schlecht Haha guter witz nein spaß okay Wartet 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 da ist er da ist er da ist er der lümmelt war der lümmelt Da lümmelt da lümmelt Oh fuck Aua 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 so eine scheiße Du kacke Hey wieso kommt der an unsere flagge Jungs Bisschen mehr zugriff von euch hier ja Das erwarte ich aber schon Bisschen mehr seriösität hier ja Ja Das ist nicht einfach nur ein spiel Du das ist ein lebensgefühl Und äh Und äh Und äh Und äh Naja Naja Egal Muss man nicht wissen Äh War da doch kein Da ist ja unsere flag dahinten Naja 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 Nimmeln die da schon wieder oder was Oh Hat er sich den noch geholt Oh Hat er 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 aber richtig hart Hat er den einfach so aus dem Augenwinkel gesehen oder was Hat er ihn Hat er ihn Ja Scheiße Ja auch mal der Auch der beste Schütze darf mal verziehen Ja Verziehen Alles kein Thema du Jawoll Den hat er sich nochmal gegönnt So Was machen wir Hä Was machen wir mit dir Machen wir was mit dir Töten wir dich oder so Na Was ist los Was ist los Minion Ey so schlecht bin ich gar nicht Wir haben eine Art 025 Man könnte jetzt äh Vermuten dass das ein Muld wäre Aber Hä Was soll's Auf solche Ideen Auf die kannst du doch gar nicht kommen So Auf jeden Fall Alter Der spielt noch immer mit einer Hand da hinten Hat er ihn Nein hat er nicht Schade Echt von dort Da hat ne Isida mit dem Fulldrug Alter ich fass es nicht Ach so ne Scheiße Aber auch da siehst du mal wieder Gegen was du spielst Ey Da siehst du es mal wieder An solchen Typen merkst du es ey Ja denkst du du kriegst mich oder was Hast du aber falsch gedacht alter Ja man wie ein Lümmelt alter ich fass es nicht Diese ganzen Schafter hier ey Wie die mich alle bekommen wollen Passt mal auf ey ich komm gleich hier von hinten ja So jetzt aufpassen ey Scheiße Wusste er alter Wusste er schon Aufpassen ey Jetzt gibt's was aufs Maul Pass mal auf ey Hat er ihn getroffen ey Einfach so ey Einfach so man Bam Den nächsten Schuss ins Gesicht gedrückt Ja 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 was willst du machen ne Oh fährt er über die Mine alter Fährt er rüber oder was Haha Ja was willst du machen ne Junge 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 Denkst du du kannst es oder was Oh was bist du denn für einer Was Echt jetzt Du denkst du nicht wirklich dass du mich irgendwie bekommen kannst Ist so leicht lasse ich mich hier doch nicht von euch verarschen Ja 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 meine wenigstens hier nochmal hier schön Schaden reingedrückt So macht man das ey So macht man das Meine Güte bin ich gut ey Wum Den wollte ich gar nicht treffen Aber ich hab ihn getroffen Ja der steht AFK oder was alter Einfach mal irgendwo hinschießen Wird schon Gegner sein So Der Lümmelt Lümmelt Oh Hat er ihm echt noch ein bisschen Schaden reingedrückt Damit hat er nicht gerechnet Damit rechnen die alle nicht Ja 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 Die denken sich alle so Nein Der wird mich schon nicht bekommen Und dann alter Dann kommt er Ja dann kommt er wieder So 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 Da hinten warten die schon wieder Alter der ist ja mit seiner Der hat schafft Mammut alter Was geht mit dem ey Da siehst du wieder die Elite von Tanki man Hat er sich ein Schaft mit Mammut gegönnt ey Ja kommt mal Kommt mal Kommt mal Kommt mal Oh Hab ich dich getroffen Ja Hättest du nicht gedacht so Aua Oh La Ola Welle hier Den nimmt er sich auch nochmal vor Alter Was ist los mit dem Jungen Was ist da los Was So ne Scheiße Egal man Den gönnen wir uns jetzt Gönn dir Was Really Oh ja im letzten Moment man Boah Was geht da ab ey Mann seid ihr Noobs Ihr könnt ja gar nichts Ach Leute 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 Lernt mal spielen So Half life Alter mit einem Schuss man Ja Was geht Ey du hast den Ehrenkodex gebrochen Gleich breche ich dir dafür beide Beine Alter was ist los man Der steht einfach AFK rum Weißt du So schön Mults reinsetzen ey Das ist es Das ist das einzige was die können Mults reinsetzen die eh nicht spielen ey Mehr können sie gar nicht Alter Mehr können sie wirklich nicht Setzen hier wirklich alles Alter 644 Ganz ehrlich man Wenn ich so ne KD hätte Würde ich da auch nicht mehr drin bleiben Ist richtig scheiße Ja sowas ist wirklich kacke Man Zu dritt Lümmeln die dort Alter Selbst mit einer Isida schon wieder Im Angriff ey Denkst du dir aber auch ey Dann könntest du gleich wieder Aufs Maul gehen ey Ganz ehrlich Was soll der Scheiß man Geh raus Ich brauche eh keiner Der alter Twins M0 Alter was ist los man Weißt du Mit solchen Leuten spielst du Jetzt sagt mir mal einer Dass das hier kein Mult ist Der holst dir einfach Twins M0 man Ja Umkippen Das ist das einzige hier Letztendlich mal Band doch mal solche Leute Ja nur nicht mich Sondern die hier Ne alte da haben sie wieder Schissen man Wir dürfen keine Mults bannen Man sieht zwar dass die Multen Aber wir dürfen die trotzdem nicht bannen Äh Und jetzt fragt sich mal einer Warum Teggy Online scheiße ist ey Genau wegen solchen Leuten ey 032 ja 032 Was der liegt da einfach nur rum Der liegt einfach nur rum Mehr macht er gar nicht Ja GG Leute Ey wirklich scheiße So gehen wir mal hier rein Schauen was da abgeht So ich baue mir demnächst auch so ne Mult an mir auf Dann spiele ich nur noch damit 09 Was echt jetzt Wie kann ich den in der Mitte verziehen ey Schon wieder verzogen Alter Ey manchmal denkst du dir auch so Gegner treffen mich aus allen Ecken und so weiter Und man selber Oh So ne fucking Kackwurst Ja Kackwurst Die goldene Kackwurst Alter ging an den Multa da Die goldene Kackwurst 2015 im zweiten Monat Geht an diesen Multa da Ganz ehrlich man So ne Scheiße Kannste dir gar nicht geben ey Jawoll So muss das sein ey Was Echt jetzt Da ziehst du ein bisschen nach oben man Verfehle jetzt gleich nen ganzen Schuss Ach Komm Ja man Ey wie jeder Prodigy hat Ab nochmal Meine Fresse Alter So was kannst du dir jetzt wirklich gar nicht mehr geben Ja man Wow Was geht Alter er ist mir über zwei Minen gedriftet Na ja Gut der wird da oben geholt hoffe ich Ich hoffe dass der oben geholt wird Ja Wahrscheinlich Egal ich geh raus GG Danke fürs Zusehen Blablabla Multz for the win Yo ho 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 Er Might D Ich hab doch D Untertitelung des ZDF, 2020